moin moin liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge fortnite mit mir in dem playgestalt und dem game teddy das ist kollektor mich an meiner freund wir haben hier wieder eine wunderbare sondermission bekommen wir müssen hier einen einen drohnen absturz ja schnauze ich muss mir gerade wichtig ist kommen ist halt echt so das gleiche mit den frauen aber wir haben nicht mehr viel zeit 10 sekunden müssen müssen wir da sein oder ist die frau wieder halleluja die erste gemeint hast du es gerade noch geschafft ihr kommt hier nicht vor andere seite hola nach haben hier schießt hier nicht auf die drohne ja diese blöden baseballtypen geben wir auf den fiss ja ist halt echt so was nein ja nein nein junge war fertig action und du dir eine seite ich nehme die seite sagst du so leicht nimmt das ihr schweine also die springen davon diese bs pro typ ist nur die falsche taste also liegt hier viel material rum ich mache da jetzt einmal was er ja also daran habe ich es nicht gedacht haben wir es geschafft sieht gut aus das ganze material geht an mich ich kann es gar nicht wer einsameln aus das ist holz das war jetzt intensiv ja was war mächtig action wo sind sie denn ich habe ein tresor gefunden was verbiegt sich dahinter nichts ja ich weiß ich könnte dann links rausgehen und einfach in den nächsten raum aber ich weiß aber so haben wir eine gute frau gerettet es war jetzt nicht so schwer schon wieder hilfe meine fräse lauter jammerlappen hier weißt du wenn die sich mal selber verteidigen könnten wir haben hier wichtige missionen zu das war ja lauter ich habe sie hast du nicht so schön ach guck an so herr kollege kurze zwischenfrage für die menschheit wollen wir die missionen vollenden willst du beruf eigentlich nicht ich komme gleich sag ich muss kurz nachladen musst du nachladen da ist er leider geschichte geworden ach du auch schön du willst sagen dafür haben wir hier machen wir hier keine zeit mehr keine zeit keine zeit können waren wir müssen ja noch ja die defensive bauen acht dauert er alle stein und metall für zwischendurch siehst du das kann ich auch gleich abwerfen soll ich aktivieren kannst du machen gut dann würde ich mal sagen ja ja das wissen wir doch das ist einfach mal hier und wo kommen sie denn hey du hast ja einen begleiter mitgebracht was sollen das ja keine ahnung man müsste ein flug aus dem westen ich habe das gefühl die werden das haus hier angreifen ja das macht ja nichts wenn das das haus ist unser schütz dann quasi auch könnte können wir eigentlich zu unseren gunsten vorteil nutzen würde trotzdem sagen einfach nur wenn wir drum rum und vielleicht das zum drauf gehen und herr kommen wir da unten durch nähe da unten ist eine feste wand ok gut das ist natürlich perfekt hallo ja eigentlich könnte man das machen dass man dass die nur hier reinkommen nur den weg gehen das sieht jetzt komisch aus was ich mache aber ich will gar nicht wissen ich habe ja du sagst hier einfach ja ja die sollen hier einfach mal kommen da sollten wir auch zu machen dann können wir nicht was machst du dazu machen damit sie da nicht durchkommen damit sie sich ich den weg hier vorne suchen und nur hier durchkommen nur hier ja wir müssen ein paar feindern aufstellen denke ich das wäre nicht schlecht da mache ich mal zu dann können sie auch nicht durch dann machen wir da und eh eh hallo darauf habe ich gesagt eh zack ach mir fällt gerade auf ich muss ja noch die highpads bauen ja das solltest du machen dann mache ich das doch nebenher fallen wo seid ihr denn da fallen eins drei drei vier nichts leichter als das dann sollen sie ruhig daher kommen zack machen wir das oder plötzlich fünf was ist und das ist eine scheiße was dann ich sollte fünf halb es sich erstellt aus dem nichts ja und es sollten der quatsch hast du noch nicht gemacht nein jetzt habe ich es gemacht gar kein problem das finde ich einfach zwischen frage was möchtest du an fallen bauen mir fehlen ein paar boden fallen die ich hätte vielleicht mal die skizzen behalten sollen dann doch ja ich könnte moment mal zimmern wir hier erstmal anbogen rein das holz reicht das doch erstmal zack bist du sagen wir ja da so zack da haben wir noch 41 plätze dieses mal vergessen wir das nicht was haben wir das hier vergessen du weißt schon dass sie hier nicht lang kommen werden hier na klar wenn die hier lang kommen hier geht es ziemlich steil runter aber das kann man arrangieren ach so ja klar das könnten wir natürlich mit einer entsprechenden vorrichtung namens treppe so ist es so jetzt so da ich habe außerdem draufgehauen stört dich das okay du möchtest die hauptsache langsam halten ach da soll ein türbchen drauf kann das sein was brauchst du hier eine treppe hin ne ich baue hier noch gar nichts hin ich habe das holz hier geholt erstmal ich brauche doch noch ein paar rohstoffe ja apropos rohstoffe 30 sekunden sind man wieder ja meine wollen was achte die sagen festung auch nur zu den wänden alles klar da war sie sind das für eine minus aktion hier da kann man nicht einmal attackieren das ist ja doch wenn man da angriff kommt dann ja die sind da halt gespawnden haben was gegen uns die bühne ja naja kann man nichts machen es kürzlich gut schnell nach ob da so ein ja machen wir das dahin ich mach dir mal ich mach dir mal ganz kurz weg dann kannst du machen ich kümmer mich tun dann machen wir mal gehen hier ein bisschen lustig aus aber es macht nichts sieht total lustig aus ich lache mich tot dieses sollte er doch machen eine m8 fernkampfwaffe explosive waffe da könnten wir eigentlich noch eine wand die was den weg drückt könnten wir noch machen ich habe hier den guten spot nein so ist das ausrüsten und dann machen wir hier nochmal sonne hin ich sehe schon was was denn ich weiß nicht eventuell müssten wir hier oben noch was hin bauen ja dann macht das noch wir haben jetzt noch wenn ich das hier hin baue haben wir ich weiß nicht ob das 27 plätze noch ja ich habe eine idee wie ich das wie gesagt 27 ja wir müssen nur dahin kommen notfalls ich glaube nicht dass da die großen gegner kommen ja ich glaube auch nicht hoppala na gut du bin immer runter geflogen ne das kannst du gut hab ich gehört mhm siehst du hier wo ich bin gerade ja wo müssen du da unten beim baum ah da unten beim baum was machst du hier machst du da noch eine wand hin ne ich guck nur was willst du nur machen nein weil wenn du jetzt da hinten hingehst da siehst du ja den einen spot der hier so ein bisschen hier oben ist in der wo diese komische tentake da kommt mhm äh da spawnen ja bekanntermaßen gegner ja und dann können sie da rauflaufen dann können sie hier hoch deswegen habe ich hier jetzt so einen laufweg gemacht dass wir hier schießen können mhm denke das sollte eigentlich reichen oder ja wir könnten eventuell da noch eine fläche aber dann ne dann springen sie ja da drauf was natürlich machen könnten wir hier noch einen boden hin hast du noch ein paar fallen über mhm ne ja wir müssen halt aufpassen ne wir haben halt nicht nur so viel platz zu bauen ja das baulimit ist ja hier wenn du noch ein paar bogen fallen hättest ja ich hab da hinten schon alles platziert ich meine ich kann noch was machen wenn du willst ne wenn wir hier noch warte mal ich brauche mal hier ein high pad machen wir wow ja was ist ich bin hier hinten hingeflogen was war das du bist einfach runtergeflogen ne ich bin hier ganz hinter geschossen worden hinter geschossen worden hinter geschossen worden ja alles genau aus dem nichts so da habe ich mal zwei fallen gemacht ich brauche hier ein paar ipads dich eigentlich so ja ich mache einfach da so solche solche push wände also ich werde dann in dem fall vergiss nicht auch baulimit dürfte kein problem sein ja ich glaube das wird sich ausgehen für die paar fallen und zack und zack und dann machen wir die wände hier ausrüsten zack zack und ach die fallen die zählen nicht dazu sehe ich gerade eine war wichtig hier so weggeschossen ja also ich würde sagen wir könnten starten btf ist das was ist los das schießt mich einfach weg warte mal komm mal hier hoch ja da kommen sie ach so das ist die plattform von ne ne das ist eine plattform wo du selbst weggeschossen wirst ja jetzt habe ich inzwischen auch gemerkt ja ja also wenn du da jetzt drauf hüpfst dann ja du kannst dann richtig geilen boden damit machen wenn du da von der seite drauf hüpfst so ja ich habe es mitbekommen ich bin auch ein kleines bisschen geflogen konnte ich habe ich nicht mit gerechnet im moment aber warte mal ich kann mir nochmal vorräte holen ich habe nochmal metall und stein für dich wenn du möchtest hol ich mir gleich oh trolle vermöbelt das ist ja cool so bin ich bist du bereit ja wenn du mir noch sagst wo der stein liegt und so hier mitten auf dem parkplatz ich mache mal scheiße auch keine tür zack zack habe ich und hast du keine tür habe ich mich darum gekümmert ist erledigt ich aktiviere atlas ist aktiviert los geht's gut dann muss ich nur noch ein bisschen schock kompromotion herstellen sie ich gerade ich habe sie verarscht ich habe sie verarscht was wie wirst du mich verarschen ich habe sie erklärt ja mach doch nix so guck mal was auf uns ich gehe hier hoch mach das das sieht ja lustig aus lassen wir ein bisschen die fallen arbeiten diese fallen machen ja gar nichts btf um sie sich rückgegen die fallen machen ja gar nichts hier sie sehen einfach nur scheiße aus ist halt echt so ok interessant aber auf jeden fall es sieht gut aus dass die da nur hier rein kommen nein sind es nicht nicht ok sie wollen auch hier lang das ist natürlich käse ja dann machen wir das mal ich habe schon gehört verstärken wir das dann wollen sie hier sicher nicht mehr alles ok wir wollen mich jetzt aber richtig ich hoffe du bist nicht in einer ehre gekränkt alles in ordnung warte mal während du da unten kämpfst kann ich eigentlich auch zu dir kommen ne hallo hallo wie geht es Ihnen heute ach da ist uns so klein hallo da könnte es eigentlich da auf der seite bleiben ich bleibe auf der seite dann ist alles schön hm ja ich fange ein bisschen zum snipen oh warte mal wenn ich da gerade dran denke ja wie geht es Ihnen heute zamba ramba machen wir heute bam erkennt sie clear lena hause rain is gone oh gott jetzt keine wie er breit weil ihr kleinen springer ich klären springe ich muss mich mal gleich kurz ich muss mich mal gleich kurz sicher bringen macht das ich habe hier alles unter kontrolle nur kurz heilen herrlich und jetzt eine brise peri hey der wirft mit sachen nach mir naja was ist das für eine fiese art ja ja einmal mit der ruhe kawas ich stehe deutlich über euch aua er haut mit dem knochen auf mich also wirft mit dem knochen auf mir so wow wo ich gern wissen was diese ja hallo hi ratatata ach du hast da die langweil was soll ok ich habe was an der tür drin haben wir da angerufen nehmen ne 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 das sah so aus aber Warte mal, ich möchte mal hier eine richtige Masse haben. Okay. Achtung, Achtung. KIAI! Das sah gut aus. Jawoll! Lass das mal den Papa machen. Tschin, tschin, tschin! Hallo, da ist er dann ganz nah. Herein! Achso, das ist deine Klinge. Ja, raus. Das ist deine Klinge. Ja. Ich mache aber nicht auf. Die bleibt jetzt nur zu. Das ist aber sehr unfreundlich. Hey, die kommen ja alle zu dir. Ja, die wollen mich. Die wollen mich richtig. Die haben festgestellt, dass sie einfach kein vorbeikommen ist. Tsch, das würde ich nicht so... Das würde ich nicht so sehen. Na, offensichtlich ist es so. Alles geil, dass sie alle da oben drauf scheißen. Hey, da oben ist alles kaputt. Achso. Wollen wir ein bisschen alles kaputt? Hi, Handy. Haha. Au! Puss. Au! So eine kleine fiese Möp. Oh ja, aber das war ja meiner, 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 meiner. Übertreiben! Boom! Das war lustig. Patrick war mitten im Geschehen. Ich bin einmal kurz durchgeschnitzelt. Ja, ja. Gern geschehen. Danke, danke. Ich dachte, ich helfe dir mal ganz kurz. Naja, also. Hätte ich nicht gebraucht, aber danke. Treffen kann ich. Kannst du? Nö. Er springt da. Und ich springe da auf mich drauf. Was soll das? Was ist für eine Art? So. Ah, da ist einfach wie eine schöne Horde da oben. Tut mir leid, Kumpel. Was ist los? Da kommen alle hier hoch. Na gut, kommen sie nicht. Pass mal auf, ja. Der Jump schon wieder. Und noch einer. Wir sollen alle herkommen. Wo? Was für feste Melangegriffen. Oh. Alles alleine. Habe ich eigentlich schon. Boah. Er hatte nur. Boah, die Shotgun ist ja richtig. Okay. Wie sieht es mit einem Held und so aus? Ab und zu. Ja, alles super. Alles noch frisch. Ja, ja. Schild geht zwar runter jetzt gerade, aber. Helf ist alles in Ordnung. Helf ist in... Oh. Keine Muni. Alarm! 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 Du kommt doch her, hier. Boah, das ist ein Bimos. Keine Schotze, Alter. Oh. 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 Ein Schuss macht einfach mal 5 in diesen Tombis platt, ey. Wie geil ist die Schotze. Und? Kea! 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 Das ist halt mal der geilste Move ever, oder? Ja, ja, ja. Sag mal ehrlich. Wenn ich denn auch hätte, würde ich ihn feiern. Ich feier ihn und ich hab ihn. Ja. Verrückt, hä? Natürlich. Gut. Und das war wieder mal eine... Danke, dass du die Artmod übernimmst. Ne, ne, mach ich nicht. Kannst du gerne machen. Also. Also ich glaub, du wolltest einfach nur sagen, das war ne easy. Lockerflockig. Genau. Also, wir brauchen Gegner, keine Opfer. So sieht's für mich aus. Liebe Freunde, wir bedanken uns beim Zuschauen. Hoffen, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben für uns da. Und wenn ihr noch auf dem Kanal seid, ein Abo. Wird uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und may the fun be with you. Hau rein. Ciao, ciao.